Moin und herzliches Mut zu einem neuen Farmwork Video. Heute mal ein ernstes Thema. Die Sonne ist vor ziemlich genau einer Stunde aufgegangen. Die ist also voll da wie man sieht. Dann auf der anderen Seite ist der Mond. Wenn ich da ran zoome sieht man, der wird nicht komplett bestrahlt. Mit einer Rundenerde kann man das ziemlich easy erklären wie ich finde. An euch Flat Earther haut mal was raus. Und dann noch eine zusätzliche Bonusaufgabe für euch. Ich bin ja gerade hier in Känguruland. Es gibt ja ein paar Flat Earther die sagen, dass Australien nicht existiert oder woanders ist als auf der Karte angezeigt. Dann erklärt mir doch mal bitte wo ich gerade bin. Das ist eine kleine Hausaufgabe für euch. Und ansonsten war es das für heute und wir sehen uns nächstes mal wieder.